Liebe Zuschauer von Kanal Neuen Erzgebirge, ich möchte Sie ganz herzlich in der Gemeinde Ebbendorf begrüßen und möchte Ihnen einige Informationen zum aktuellen Geschehen in unserer Gemeinde geben. Im Hintergrund sehen Sie schon das Thema, was uns im Moment alle am meisten bewegt, denke ich. Auch wir kommen an Corona nicht vorbei. Das stellt uns vor Herausforderungen, die wir so bisher noch nicht gekannt haben. Wir erfahren von neuen Rahmenbedingungen häufig auch erst am Donnerstag oder Freitag und müssen dann ab Montag diese Dinge umsetzen. Das macht es für uns gerade in Schule und Kita häufig extrem schwierig und eine zusätzliche Herausforderung ist, dass wir ja auch den Eltern eine gewisse Planungssicherheit geben müssen, was aufgrund der Kürze der Informationen häufig uns sehr schwerfällt. Ich denke aber, wir haben uns gemeinsam unter den aktuellen Rahmenbedingungen hier vor Ort ganz gut geschlagen. Ich möchte mich deshalb bei den Eltern und Kindern und auch bei den Mitarbeitern in den Einrichtungen Kita und Schule ganz herzlich bedanken. Wir sind unter den Rahmenbedingungen, da denke ich, gemeinsam ganz gut durchgekommen. Aktuell sehen die Inzidenzen gut aus. Wir hoffen, dass es sich weiter verbessert und wir haben zwei ganz besonders wichtige Dinge geschafft in unserer Gemeinde gemeinsam mit dem DAK. Sie sehen es im Hintergrund, heute ist der Impfbus vor Ort. Die Erstimpfungen haben im März stattgefunden, jetzt im Juni die Zweitimpfung. Das ist eine ganz tolle Sache, dass wir unseren älteren Mitbürgern den weiten Weg ins Impfzentrum ersparen können und im Bahnhofsgebäude befindet sich auch unser Testzentrum, ebenfalls vom DAK betrieben. In Eigenregie hätten wir das so nie hinbekommen und bedanken uns da ganz sehr beim DAK für die tatkräftige Hilfe. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, lassen Sie uns nun gemeinsam einen Blick auf die aktuellen Baustellen in unserer Gemeinde werfen. Im Hintergrund sehen Sie das Gebäude des ehemaligen Planet, welches die Gemeinde erworben hat mit dem Ziel, das Gebäude abzureißen. Eine Besonderheit bei diesem Projekt war, dass wir das Gebäude im Rahmen einer Insolvenz kaufen mussten und dort eine gewisse Eile geboten waren. Sie sehen das schon an dem Datum, an dem der Gemeinderat die Entscheidung zum Kauf getroffen hat. Das war der 30. Dezember 2019. Den Wunsch, den Schandfleck mitten im Ortszentrum zu beseitigen, den gab es schon eine ganze Weile. Allerdings konnten die Planungsarbeiten erst mit Erwerb des Eigentums beginnen und parallel dazu war es natürlich notwendig, die notwendigen Fördermittel zu erhalten. Dass Planungsarbeiten und Beantragung der Fördermittel parallel laufen, ist eher ungewöhnlich. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Beim Gemeinderat, bei der Gemeindeverwaltung, bei der Sächsischen Aufbaubank und auch bei dem beteiligten Planungsunternehmen, dass diese Arbeiten Hand in Hand so gut vorangeschritten sind. Derzeit bereiten wir die Ausschreibung vor und sehen dem Abriss in der zweiten Jahreshälfte mit Freude entgegen. Wir befinden uns nun auf dem Sportplatz in Ebbendorf auf der Öderrainer Straße. Hier führt der TSV gerade in Eigenregie umfangreiche Sanierungsarbeiten durch. Das Besondere daran ist, dass der TSV als Verein als Bauherr auftritt und sich damit auch um die Finanzierung dieser Maßnahme kümmert. Die Maßnahme finanziert sich zu 50 Prozent aus Mitteln des Freistaates, zu 20 Prozent aus Mitteln des Landkreises, 20 Prozent übernimmt die Gemeinde Ebbendorf und das Besondere ist, dass der Verein dort 10 Prozent Eigenleistung beziehungsweise 10 Prozent Eigenmittel bringt. Notwendig wurde die Maßnahme durch die Fusion Leit, in der sich die Abteilung Fußball des SV Ebbendorf herausgelöst hat und dem TSV Großwaldersdorf beigetreten ist. In diesem Zusammenhang haben wir uns dann gemeinsam entschlossen, einen neuen Namen zu geben, den TSV Großwaldersdorf Ebbendorf und natürlich durch die Mitgliederzahl von rund 250, die wir jetzt aktuell haben, ist es natürlich notwendig, beide Sportplätze sowohl hier in Ebbendorf als auch in Großwaldersdorf beide zu bewirtschaften. Die gegenwärtigen Maßnahmen hier am Platz sind zum einen der Bau der Flutlichtanlage, die notwendig geworden ist aufgrund der starken Sanierungsbedürftigkeit der Alten, die ist komplett ausgefallen, wollte sich auch kein Elektriker mehr herantrauen, deswegen haben wir uns entschieden, hier Fördermittelanträge zu stellen bei der SRW und beim Landkreis und auch mit der Gemeinde zusammen, dass wir hier nun in der Lage sind, sechs 16-Metermasten zu installieren mit LED-Fludern. Weiterhin haben wir hier den Rasen saniert aufgrund der entstehenden Mehrbelastung, weil wir noch in einem Fördermittelverfahren involviert sind, wo wir hoffen, eventuell dieses Jahr noch Fördermittelzusagen zu bekommen für die Rasensanierung am Sportplatz in Großwaldersdorf. Mit unseren 250 Mitgliedern und der Besetzung in allen Altersklassen ist es notwendig, auch mit beiden Sportplätzen weiterhin auszukommen und zu arbeiten. Deswegen war unser oberstes Ziel hier, die Sportstätten-Situation zu verbessern, um auch für alle Mitglieder bessere Trainings- und Spielmöglichkeiten zu schaffen. Eine Maßnahme, die wir gerade beendet haben, ist der Breitbandausbau und der Breitbandausbau ist ganz besonders für den Ortsteil Großwaldersdorf wichtig gewesen. Wir haben das Projekt im Jahr 2016 im Januar begonnen und Ende 2018 stand das Projekt ziemlich auf der Kippe. Nach einer Einzelfallentscheidung im Konzernvorstand hatte die Telekom ein Angebot abgegeben und wir haben händeringend auf den Zuwendungsbescheid der Bundesförderung und des Landes gewartet. Was mir damals schlaflose Nächte bereitet hat, ist letztendlich gut ausgegangen und war ein Glücksfall für unsere Gemeinde. So konnte im Dezember 2018 der Staatssekretär Stefan Pranks mir ein Fördermittelbescheid übergeben, der für Eppendorf als erste Kommune in Sachsen eine 100%-Förderung vorgesehen hat. Damit stehen jetzt Glasfaseranschlüsse im Gewerbegebiet auf der Reifländer Straße zur Verfügung und auch unsere Heiner-Müller-Schule verfügt über einen Glasfaseranschluss, der dann im Sommer auch geschaltet wird, sodass die mobile Technik, die wir im Rahmen der digitalen Schule anschaffen, von den Schülern dann vollumfänglich genutzt werden kann. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Straßenbau. Hier sehen wir die Baustelle Neuer Weg in Großwaltersdorf, den die Gemeinde gerade grundhaft ausbaut. Eine weitere Straßenbaumaßnahme, aktuell ist der Bau der Freiberger Straße. In Verantwortung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr wird diese Maßnahme durchgeführt. Dabei erfolgt eine Deckensanierung, beginnend von der Fleischerei Seifert bzw. Fischmarkt Krönert bis zum Ortsausgang. Gerade der schlechte Zustand der Freiberger Straße war häufiger Anlass für Fragen im Gemeinderat und für Beschwerden der Bürger. Deswegen bin ich froh, dass diese Baumaßnahme nun über die Bühne geht. Ein ganz besonderer Dank gilt dabei dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, die schon vor zwei Jahren zugesagt haben, hier die Decke zu sanieren. Der Straßenbau wird auch zukünftig eine große Aufgabe in unserer Gemeinde sein. Wir blicken schon ein Stück voraus und eine der nächsten Maßnahmen wird die Sanierung der Dorfstraße hier in Klein-Hartmannsdorf sein und im Speziellen ist das der Durchlass am Beginn der Dorfstraße. Für zukünftige Baumaßnahmen gilt dabei natürlich der Vorbehalt, dass die entsprechenden Fördermittel auch rechtzeitig bewilligt werden können. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben im Beitrag gesehen, dass die Baustellen in unserer Gemeinde gut vorangehen. Es gibt aber eine Sache, die mir als Bürgermeister ganz besonders am Herzen liegt. Das ist das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das aktuell sehr stark eingeschränkt. Mit den sinkenden Inzidenzen verbinde ich den Wunsch, dass dieses gesellschaftliche Leben möglichst schnell wieder auflebt. Aktuell sind Wanderungen mit der Wandergruppe schon wieder möglich. Unsere Sportvereine können beginnen zu trainieren und auch der Badverein steht in den Startlöchern, bei gutem Wetter unser Freibad zu öffnen. Mit diesem positiven Ausblick möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, besuchen Sie die Gemeinde Ebbendorf.